Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von easydav.de. Ja, in unserem Campus hat mich wieder eine sehr, sehr interessante Frage erreicht, diesmal zum Thema Passiv und zwar speziell zum Zustandspassiv und das kann man natürlich nicht erklären, ohne auch auf das Vorgangspassiv Bezug zu nehmen. Das alles seht ihr nach dem Intro und lasst mich übrigens wissen, ob ihr meine Videos lieber ohne Intro sehen wollt oder ob ihr der Meinung seid, ich brauche ein neues Intro oder ob euch dieses Intro hier gefällt und hier kommt es also. Ja und los geht's, übrigens kennen unsere Campusmitglieder bereits dieses Video und wenn du auch Mitglied werden möchtest, geht das am besten über unseren kostenlosen Gedächtniskrashkurs für deutsche Grammatik, der übrigens wirklich kostenlos ist. Immer wieder tragen sich Leute ein und dann haben sie Angst und sind verunsichert. Ja, dieser Kurs ist kostenlos, es gibt keine versteckten Kosten bei uns und übrigens kannst du als vollwertiges Campusmitglied, das ist dann kostenpflichtig, aber du erhältst ein tolles Angebot, wenn du dich hier einträgst, in unseren Gedächtniskrashkurs, alle meine YouTube-Videos ohne Werbung in unserem Campus. Also und unter ein solches Video zum Thema Passiv hat mir Mike diese Nachricht hier geschrieben. Hallo Peter, dies war eine nette Wiederholung. Ich habe diesen Satz gelesen, die Sitzung ist beendet. Ich habe mich gefragt, ob dieser Satz ein Zustandspassiv ist, weil Beenden transitiv ist. Wenn das der Fall ist, dann könnte man nicht sagen, die Sitzung ist geendet. Das ist also hier ein anderes Verb, ja. Weil Enden intransitiv ist. Und hier kommt noch eine weitere Frage zu auf etwas verweisen versus auf etwas hinweisen. Das können wir vielleicht ein andermal machen. Dieses Mal bleiben wir beim Problem des Passivs bei diesen Verben Beenden und Enden. Ja, und das wollen wir uns doch gleich mal anschauen, was es mit diesen Verben auf sich hat. Mike behauptet ja, dass Beenden transitiv sei. Und damit hat er auch recht. Und ich zeige euch jetzt genau, wie man das herausfinden kann. Und natürlich, was das mit dem Transitiv bedeutet. An der Stelle ein kleiner Hinweis. Hier müsste jetzt eine Info eingeblendet werden. Hier kommt ihr direkt zu meinem Video zu transitiven Verben. Da habe ich mal extra was dazu gemacht. Was bedeutet transitiv? So, jetzt schauen wir uns aber unser Verb Beenden an. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. So etwas solltet ihr euch also auf jeden Fall zulegen, wenn ihr ernsthaft Deutsch lernen oder unterrichten wollt. Unter dem Video in der Infobox, in der Videobeschreibung, erhaltet ihr einen Link. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr darüber euch solch ein Wörterbuch zulegen. Hier haben wir also unseren Eintrag zu diesem Verb Beenden. Und hier in der eckigen Klammer steht, wie man das Verb ausspricht. Das ist jetzt aber nicht unser Thema. Dann steht hier immer die dritte Person Singular. Er, sie, es beendet. Er oder es, sie im Singular beendet. Daran erkennt man dann, wie das Verb konjugiert wird. Es handelt sich hier also um ein regelmäßiges Verb. Der zweite, der nächste Eintrag, die zweite Form ist das Präteritum. Also die einfache Vergangenheit dieses Verbs. Und immer der dritte Eintrag oder die dritte Verbform heißt das Partizip 2. Die nennt man das Partizip 2. Ich kürze das mal ab mit P2. Partizip 2 nennt man das. Und jetzt kommen diese spitzen Klammern hier. Da stehen weitere wichtige Informationen. Erstmal steht hier die Information TR. Und das bedeutet tatsächlich transitiv. Das ist also ein transitives Verb. Das schreibe ich mal hier drüber. Transitiv. Und was das bedeutet, werden wir jetzt gleich besprechen. Hier steht hat. Das heißt, dass dieses Verb im Perfekt oder das Perfekt mit dem Hilfsverb haben bildet. Also hat beendet. Und hier steht nun die Grammatik dieses Verb. Etwas beenden. Das ist allerdings wenig aussagekräftig für euch. Etwas ist ein Indefinitpronomen. Und das kann natürlich Nominativ oder Akkusativ sein. Aber dass es Akkusativ sein muss, das sagt euch diese Information transitiv. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das tatsächlich funktioniert. Jetzt kommt hier erstmal eine Begriffserklärung. Die interessiert uns jetzt aber nicht. Ich gehe schon davon aus, dass ihr versteht, was beenden heißt. Wenn nicht, könnt ihr es schnell nachschlagen. Aber hier ein Gespräch beenden. Oder eine Beziehung beenden. Oder die Arbeit beenden. Und jetzt seht ihr hier immer noch nicht, was das für Kasus sein sollen. Das können Nominative oder auch Akkusative sein. Die sehen nämlich, das ist nämlich hier ein Neutrum. Das sieht im Nominativ und Akkusativ gleich aus. Und das hier sind Feminine. Und die sehen auch im Nominativ und Akkusativ gleich aus. Finde ich immer ein bisschen schade. Hier sollte man maskuline Nomen auch verwenden. Mindestens eins. Damit man das eindeutig sehen kann, dass wir hier ein Akkusativ brauchen. Und jetzt wollen wir mal einen Beispielsatz schreiben. Ich benutze immer gern die zweite Person Singular oder die dritte Person Singular, sodass man auch die Konjugation gut sehen kann. Also ein Gespräch beenden. Machen wir einfach mal einen Beispielsatz. Du beendest ein Gespräch. So, und da wir jetzt, da das jetzt ein transitives Verb ist, heißt das, ich wende jetzt mal mein Farbsystem. Das Subjekt ist bei mir immer grün, wie ihr wisst. So. Dann haben wir hier unser Verb. Das mache ich mal oval und gelb. Und jetzt muss, weil es ein transitives Verb ist, das ist unsere Information, dass es einen Akkusativ verwendet. Und erstens, das heißt, das hier muss ein Akkusativ sein, obwohl ein auch ein Nominativ sein könnte. Aber der Nominativ ist ja hier schon durch Subjekt vergeben. Nur bei ganz wenigen Verben benutzen wir zweimal ein Nominativ. Hier ist das nicht der Fall. Das muss nun also ein Akkusativ sein. Und den machen wir blau. Und jetzt kommt der Punkt. Transitive Verben benutzen erstens ein Akkusativobjekt und zweitens können sie mit diesem Akkusativobjekt direkt ein Passiv bilden. Das ist das Merkmal von transitiven Verben. Das heißt, dieses Akkusativobjekt wird in unserem Passivsatz zum Subjekt, also ein Gespräch. Und das rahmen wir auch gleich grün ein. Da seht ihr jetzt, was passiert ist. Der Akkusativ ist nun zum Subjekt des Passivsatzes geworden. Und dieses hier, das alte Subjekt, das brauchen wir gar nicht mehr. Da gehe ich jetzt auch gar nicht näher darauf ein. Ich habe andere Videos zum Passiv. Da könnt ihr euch das ein bisschen intensiver noch anschauen. Wichtig ist aber hier, dass das ursprüngliche Verb Beenden nun ins Passiv gesetzt werden muss. Und das Passiv funktioniert im Deutschen mit einem Hilfsverb. Und das muss nun hier auf Position 2 stehen. Das schauen wir uns mal an. Hier ist das Verb Werden. Werden ist das Hilfsverb zur Bildung des Passivs. Und wenn ihr im Wörterbuch nachschaut unter Werden, da habt ihr einen sehr, sehr langen Eintrag. Du siehst einmal, hier fängt es an, werden. Und hier steht die Information Vollverb darunter. Also man kann das Verb werden auch als hauptsächliches Verb in einem Satz verwenden. Als Vollverb nennt man das dann. Zum Beispiel in dem Satz, wir werden älter. Oder ich werde Lehrer und so weiter. Das ist dann ein Vollverb. Es wird in seiner eigentlichen Bedeutung verwendet. Und wenn wir weiter runter gehen im Wörterbuch, ich habe das für euch abgekürzt. Hier seht ihr, das ist die erste Bedeutung des Verbs. Hier habe ich eine Auslassung hinzugefügt. Und hier die siebte Bedeutung des Verbs. Hier steht Hilfsverb. Und in der achten Bedeutung steht auch Hilfsverb. In der achten Bedeutung wird es beschrieben als Hilfsverb, um den Konjunktiv 2 zu bilden. Das ist eine Ersatzform. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Und deswegen streiche ich das mal durch. So, was uns interessiert, ist diese Information. Das Hilfsverb. Es dient in Verbindung mit dem zweiten Partizip. Also wir nennen es das Partizip 2. Oder es wird auch das Partizip Perfekt genannt. Zur Bildung des Passivs. Du wirst gerufen und so weiter. Jetzt sind hier Beispiele. Also dieses Hilfsverb oder diese siebte Bedeutung dieses Verbs werden brauchen wir, um das Passiv zu bilden. Und das ist deswegen so wichtig, dass wir es nicht mit dem hier verwechseln, weil, wenn wir uns hier das Partizip 2 anschauen, das ist ja die dritte Verbform, dann steht hier geworden, also GE am Anfang. Und wenn wir es als Hilfsverb verwenden, lautet die dritte Form WORDEN. Also Partizip 2, ja, das zweite Partizip, WORDEN. Und das ist wichtig. Und unser Passiv wird nun gebildet mit dem Hilfsverb WERDEN. Und das steht dann auf Position 2 plus Partizip 2 des eigentlichen Verbs. Für uns ist das jetzt, für unseren einfachen Satz in Präsens ist das nicht wichtig. Aber ich zeige euch gleich, wann das wichtig werden kann. Jetzt verwenden wir erstmal hier also unser Verb. WERDEN auf Position 2, aber natürlich konjugiert. Ein Gespräch, die Konjugation habe ich euch übrigens, zeige ich euch hier. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Und wir sind ja jetzt bei einem Gespräch. Ein Gespräch ist also es, das Gespräch wird. Und genau das setzen wir jetzt hier ein. Ein Gespräch wird. Und das hier kommt jetzt ans Satzende. Und zwar in Form eines Partizip 2. Und das heißt dann beendet. Ein Gespräch wird beendet. Wir haben jetzt also zwei Verbformen. Einmal ein Hilfsverb und einmal ein Partizip 2. Das ist das Hilfsverb. Und das hier ist das Partizip 2. Wenn wir jetzt noch weitere Informationen in diesem Satz benutzen würden, und um den Satz länger zu machen, würden wir diese Information hier zwischen reinschreiben. Das Partizip 2 steht immer ganz am Ende des Satzes. Und das Hilfsverb WERDEN steht auf Position 2 und wird konjugiert. Und die eigentliche Bedeutung steckt aber im Partizip 2. Also ein Gespräch wird beendet. Und das Passiv verwenden wir eben. Das wäre hier das Vorgangspassiv, weil uns hier ein Vorgang interessiert. Das ist bei dem Verb BEENDEN nicht ganz so ersichtlich, weil das BEENDEN oft sehr schnell gehen kann. Aber du kannst natürlich auch sagen, so, wir beenden jetzt mal so langsam unser Gespräch. Wir sprechen noch drei Sätze und dann ist es vorbei. Viel deutlicher wird es bei anderen WERDEN, wenn wir sagen, hier werden Autos gebaut. Wichtig ist natürlich, wenn das Subjekt rausfällt, interessiert uns hier auch nicht mehr, wer das Gespräch beendet. Der Vorgang tritt in den Vordergrund. Das ist die wichtige Information. Was passiert hier? Und das Gleiche mache ich mal an einem Satz, der interessanter ist. Hier werden Autos gebaut. Hier habe ich hier eine einfache Ortsinformation. Also auf Position 1 kann ja alles stehen. Da muss nicht immer das Subjekt stehen. Dann haben wir unsere Verbposition mit dem Hilfsverb WERDEN. Hier hinten ist unser Partizip 2 von BAUEN gebaut. Und hier haben wir jetzt unser Subjekt stehen, direkt neben dem Verb auf Position 2. Das ist unser Subjekt im Nominativ. Und das ist schon interessanter, wenn du eine Fabrikführung hast vielleicht. Da sind viele Menschen, die alle Autos bauen. Und dich interessiert überhaupt nicht, wer genau jetzt im Einzelnen was macht. Dich interessiert vielleicht eher, was hier überhaupt geschieht. Was passiert hier? Was ist der Vorgang hier? Hier werden Autos gebaut. Und das ist jetzt im Zentrum. Das alles, was wir bisher besprochen haben, sind Beispiele für das Vorgangspassiv. Und wenn wir das jetzt in eine Vergangenheit setzen wollen, dann würden wir dieses Verb auf Position 2 in die Vergangenheit setzen. Entweder können wir es einfach ins Präteritum setzen. Und dann heißt es WURDE. Mal schauen bei dem Hilfsverb WERDEN. In der ersten Bedeutung beim Vollverb steht hier, dass die einfache Vergangenheit das Präteritum WURDE heißt. Und in der siebten Gebrauchsform steht nichts Neues. Das heißt, es heißt immer noch WURDE. Nur das Partizip 2. Das hat sich geändert. Das heißt nicht geworden, sondern WURDEN. Das heißt, wenn wir diesen Satz also ins Präteritum setzen wollen, würden wir einfach hier WURDEN schreiben. Und dann ist das die Vergangenheit. Hier WURDEN Autos gebaut. Heute werden hier Waschmaschinen vielleicht gebaut. Oder gar nichts mehr. Wenn wir den Satz ins Perfekt setzen wollen, dann müssen wir aus diesem Hilfsverb das Perfekt bilden. Das funktioniert mit einem weiteren Hilfsverb, nämlich SEIN. Hier, das Subjekt ist ja Plural. Hier sind Autos gebaut und jetzt muss das wieder ins Partizip gesetzt werden. Noch weiter ans Ende. Und jetzt ins Partizip des Hilfsverbs von WURDEN. Und das heißt WURDEN. Deswegen ist es wichtig, dass man hier weiß, dass das Hilfsverb ein anderes Partizip verwendet, als das Vollverb von WURDEN. Das aber nur eine Randnotiz. Unser eigentliches Thema ist ja ein anderer Satz, nämlich wir fügen jetzt hier noch ein weiteres Beispiel hinzu, zu diesem Beispiel, nämlich das Beispiel eine Sitzung beenden. Das funktioniert natürlich genauso. Schreiben wir auch diesen Satz nun ins Passiv. Wir beginnen aber wieder mit dem Aktiv, damit ihr seht, was hier passiert. Du oder der Chef. Machen wir mal der Chef. Oder die Chefin. Die Chefin beendet die Sitzung. Und wir haben wieder hier unser Subjekt. Und hier am Ende haben wir unser Akkusativobjekt, die Sitzung. Und jetzt gilt wieder die gleiche Regel. Das Akkusativobjekt wird jetzt das neue Subjekt. Die Sitzung ist auch im Nominativ die Sitzung. Das kann ich euch hier mal eben nochmal zeigen. Bei meiner Deklinationstabelle. Wir sind hier im Feminin, Nominativ die Sitzung und im Akkusativ heißt es auch die Sitzung. Also ändert sich formal hier nichts. Die Sitzung wird beendet. So, hier ist unser neues Subjekt. Jetzt wird es aber spannend. Auch das ist das Vorgangspassiv. Jetzt interessiert uns aber nicht, ob gerade die Sitzung jetzt beendet wird, sondern wir wollen wissen, ist die Sitzung denn schon vorbei? Das heißt, wir müssen in die Vergangenheit gehen. Und in dem Fall gehen wir jetzt ins Perfekt, die Sitzung. Und jetzt brauchen wir von diesem Hilfsverb das Perfekt. Und das funktioniert mit einem neuen Hilfsverb sein zur Bildung des Perfekt. Und die Sitzung ist. Und jetzt werden die Verben aufgefüllt. Wir sind ja im Passiv, das heißt, das Partizip 2 des Passivs steht am Ende. Und wenn wir diesen Satz jetzt nochmal ins Perfekt setzen, kommt noch ein weiteres Partizip dazu zur Perfektbildung. Und das muss noch weiter ans Ende. So, ist beendet. Das ist unser Passivpartizip. Und jetzt kommt von dem auch noch das Partizip. Jetzt ganz ans Ende. Und das heißt ja, worden. Und das schreiben wir jetzt da hin. Ich mache das wieder weg, damit das nicht zu chaotisch aussieht alles. Worden. Das ist immer noch das Vorgangspassiv im Perfekt. Und um das jetzt alles ein bisschen zu vereinfachen, streichen wir einfach das letzte da hinten weg und sagen, die Sitzung ist beendet. Und jetzt liegt unser Fokus auf dem Zustand nach der Veränderung. Das Passiv drückt ja immer einen Veränderungsprozess aus. Das heißt, wir haben Zustand A. Dann passiert irgendwas. Und das, was hier passiert, drücken wir im Passiv aus. Und wenn es vorbei ist, haben wir einen Zustand B. Und das ist das Ende dieser Veränderung. Und darauf liegt nun hier unser Fokus beim Zustandspassiv. Nämlich, es ist nun vorbei. Der neue Status der Sitzung ist beendet. Und das ist jetzt das Zustandspassiv. Noch einmal. Mit diesem Partizip ist es einfach das Vorgangspassiv im Perfekt. Streiche ich das einfach weg, bilde das, was übrig bleibt, immer noch einen korrekten Ausdruck. Und das nennt man dann Zustandspassiv. Das verwenden wir sehr oft. Immer dann, wenn die Vorgänge nicht besonders interessant sind beziehungsweise sehr schnell gehen. Zum Beispiel, wenn wir eine Tür schließen. Die Tür ist entweder offen. Auch das ist Zustandspassiv. Der Zustand der Tür ist offen. Dann schließe ich die Tür. Das ist überhaupt nichts Aufregendes. Das geht auch schnell. Und danach gibt es einen neuen Zustand. Die Tür ist geschlossen. Und so funktioniert das Zustandspassiv. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, ob das auch mit dem Verb Enden funktioniert. Das habe ich euch hier mal zur Verfügung gestellt. Das Verb Enden. Hier sind wieder die verschiedenen Verbformen. die ich am Anfang auch erklärt habe. Die dritte Person Singular. Das Präteritum. Und das Partizip 2. Und hier steht jetzt aber die Information intransitiv. Schreibe ich mal darüber. Intransitiv. Und intransitiv bedeutet zunächst einmal ganz wichtig, dass es kein Passiv verwenden kann. Dass es nicht von einem Akkusativobjekt ein direktes Passiv verwenden kann. Das bedeutet erstmal intransitiv. Es gibt nämlich wenige Verben, die trotzdem ein Akkusativobjekt benutzen, aber nicht transitiv sind. Zum Beispiel das Verb haben. Du kannst nicht sagen, etwas wird gehabt. Das funktioniert nicht. Trotzdem geht haben mit dem Akkusativ, ist aber intransitiv. Dieses Verb benutzt aber noch nicht mal ein Akkusativ. Wir schauen uns mal hier die Beispiele an. Der Weg endet hier. Das ist ein gutes Beispiel, denn bei der Weg erkennen wir es sofort anhand unserer Deklinationstabelle. Der kann nur Nominativ sein. In dem Fall. Also es ist auf keinen Fall ein Dativ Feminin und auch kein Genitiv. Also unsere Frage ist ja immer in solchen Fällen Nominativ oder Akkusativ. Und in dem Beispiel ist der Weg, also eindeutig das Subjekt dieses Satzes. Der Weg endet hier. Das heißt, Enden verwendet überhaupt kein weiteres Objekt. Wir sagen einfach bei der Sitzung zum Beispiel, da waren wir ja, die Sitzung endet jetzt. Das beschreibt schon, dieses spezielle Verb bezeigt tatsächlich jetzt diesen Prozess, dass jetzt etwas passiert, und zwar die Sitzung endet. Und wenn wir jetzt sagen wollen, die Sitzung ist vorbei, dann sagen wir nicht, die Sitzung ist geendet. Das ist kein gutes Deutsch. Dann würden wir wirklich sagen, die Sitzung ist, und jetzt würden wir das andere Verb verwenden, nämlich beendet. Weil wir aus dem Verb enden überhaupt kein Zustandspassiv bilden können und die Sitzung ist geendet, das ist kein schönes Deutsch. Das wäre jetzt auch nicht falsch. Das wäre einfach das Perfekt von enden, enden, es endet, es ist geendet oder sie endete. Du kannst sagen, die Sitzung ist gestern um 18 Uhr geendet. Das ist grammatikalisch korrekt, aber überhaupt nicht schön. Man würde eher sagen, die Sitzung wurde gestern um 18 Uhr beendet von jemandem. Obwohl ist geendet, ja, das klagt mich nicht an, ja, es ist korrektes Deutsch, aber ich würde sagen, für mein Sprachempfinden würde man das nicht gebrauchen. Aus dem Verb enden kann man auf jeden Fall kein Zustandspassiv bilden, weil es ein intransitives Verb ist und hier ist der Beweis, das heißt, Mike hatte vollkommen recht mit dem, was er gesagt hat. Die Sitzung ist geendet, kann man nicht sagen, also doch, man kann es sagen, es ist immer noch korrekt, aber es ist eben eine andere Bedeutung, es ist jetzt kein Zustandspassiv und zwar, weil Enden eben intransitiv ist. Gut. Ja, meine Lieben, das war es mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ich möchte mir erlauben, am Ende euch noch was einzublenden und zwar haben wir ein schönes Feedback erhalten von jemandem, der sich in unseren Gedächtnis-Crashkurs eingetragen hat von einem gewissen Adel. Er hat mir geschrieben, erst heute habe ich mich auf ihrer Website registriert und war sehr beeindruckt von der Einführung und ihrer Art zu erklären. Ich freue mich wirklich darauf, den Rest des Tutorials zu sehen. Vielen Dank. Und damit meint er unseren Gedächtnis-Crashkurs für deutsche Grammatik. Wenn ihr es also noch nicht getan habt, holt es jetzt nach. Hier wird es nochmal eingeblendet. Es ist wirklich kostenlos. Keine Angst. Es gibt bei uns keine Rechnungen, mit denen du nicht gerechnet hast. Wir schicken dir nicht einfach eine Zahlungsaufforderung. Wo immer du Zugang hast, hast du Zugang. Wir kommen nicht erst hinterher und wollen was von dir. Kostenpflichtige Inhalte gibt es bei uns erst nach der Zahlung. Du kriegst das auf jeden Fall mit. Okay, das war es für heute. Ich freue mich wie immer über Likes und weitere Abos und natürlich lohnt sich immer ein Besuch auf unserer Website easydaf.de Bis dann.